Hallihallo Hallöle! Willkommen zurück zu Let's Schnapp Slime! Weiter geht's! Einmal kurz hier raus und da raus. Ah ne, hab ich ja hier gemacht ne? Ne, äh, doch. Ne. Äh, hab ich doch hier umgestellt? Ne, ne? Oder? Geht irgendwie nicht, ne? Ne, ist aber einfach ein. Will er irgendwie nicht. Keine Ahnung. Ach ja, ist manchmal ein bisschen komisch. Oder liegt er am, äh, Player? Eigentlich ist Sound komplett da. Sollte eigentlich da sein. Hm. Egal. Müssen wir so machen. Äh, der hab ich noch nicht gemacht. Machen wir eben kurz, äh, ah, die Werbung mach ich jetzt nicht. Äh, mach ich dann wieder selber. Äh, am Rad drehen, genau. Da hab ich auch schon mal. Ich hab auch schon tausend gehabt. Da hab ich noch nicht. Eben so, keine Ahnung. Äh, egal. Ähm, ähm, ja. Wieder ein Passbelohnung weiter hier. 16 auch schon. Hm. Aber es teuer. 9,90 Euro. Ich weiß nicht. Weiß ich nichts. Äh, das bisschen hab ich. Egal. Ich hab auch mal ein paar Wies angeschaut. Um die Kristalle zu bekommen. Die braucht man ja, um die Slime hier, äh, zu entwickeln. Äh, weil hab ich Kubalus, nämlich glaube ich mal, äh, äh, ausrüsten. Ach ja, ich ausrüsten. Mein Gott. Äh, äh, Charakter wechseln. Mal mich ja ausrüsten. So, ähm, die nämlich glaube ich mal befördert, ne? Ja genau, ich brauche 25 Stück, ne? Jetzt wieder. Ging aber nur ein paar Level. Also nicht viel. Äh, 20 Level. Nur was war's? Warum auch immer? Keine Ahnung. Aber die Mächer kann ich leider, weil ich schon fünfmal gemacht habe. Kann man nur fünfmal machen? Dann haben wir zwar noch schnell ein bisschen wenig. Hm. Im Video, wie gesagt, habe ich, habe ich schon gesehen, irgendein, weiß ich nicht noch wenig. Bin jetzt hier. Äh, Astrid, glaube ich, war keiner sein. Oder Kubalus. Äh, 99. Keine Ahnung. Egal. Äh, so, ähm, genau hier. Die 200. Können wir einmal alles machen. Ist auch schon alles auf, äh, 8 soweit immer noch, ne? So, einmal alles einsammeln hier. Fähigkeit. Und Gefährte. So. Alles verbessern. Zack. Du auch. Und die Fähigkeit. Ja, so, auch schön. Super. Äh, wieder alles einsammeln hier. Ja, ist auf Dauer ein bisschen nervig, aber mein Gott. Achso, hier, Mission, genau. Hier, hier wieder einsammeln. Aber wenn man passt, natürlich kriegt man mehr, ne? Ist klar. Aber ich schon ein bisschen habe ich 9,49 Euro für sowas. Hm, naja. Egal. Wer möchte, der kann es natürlich machen. So, ich wollte mal weitermachen. Immer noch bei 8,3 stehen geblieben. Ich habe nicht weitergemacht. Äh, abgeschissen. Super. Wunderbar. Äh, ja, ja. Dann, äh, starten wir mal eben neu. So. Äh, äh. Okay, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Ich starte neu. Bis gleich. So, wir haben mal gestartet. Ist ja auch das Soundrader. Es läuft weiter. Ach, mir. Ich habe einen kleinen Wallback. Ist auf einmal abgeschmiert. Ich muss in den Player zu retten und starten. Äh, ich möchte erst noch skillen. Notatürk. Äh, ich möchte noch mehr durchwachen. So, wie mehr. Ich hoffe, wir wollen jetzt kommen. Wir müssen für die Mission 2.15. äh, Schlüsselhülle 1.10.10 abschließen. ich bin 215 ja dauert noch ein bisschen ja nur weg genau alles weg alles weg alles anfang so weit kommen wir können nebenbei wieder hier machen wird raus schaffen nur noch mal ein Boss raus ich muss noch mal gucken ob er es schafft der eine der die gehen schneller an oder so auch so komisch oder 66 geschafft werden kann ich schlüssel schon mal 85 auch schon wie ich mal sagen erklärt mir der klamotten und ende gegenstände machen wir euch weiter ich glaube hier ein gut mit gefährten habe sie gucken nach den schaden halten was er halt steigt danach gehe ich dann nur weil die haben ja alle spezielle bonus hier teilweise nur frösche nur schnecken bei hatten alle hier schnecken die beste stärker ist keine ahnung wenn ihr welche tipps habt da wird wirklich fertig mit dem wollte das ist das wohl bringt ihr auch immer stärker ist dann schreibt mir sagt ihr schreibt mir kommentare so einmal noch hier ist eigentlich noch nicht die fähigkeit da muss man immer wieder gucken immer noch was neues zum einsammeln irgendwas kann man immer oder verbessern in diesem fall bringt immer ein bisschen mehr ein bisschen mehr schaden sie wissen also von daher alles mitnehmen alles bitte nicht mehr in die kurzen kann bei mich dass ich hier wieder auch kleine event also mini spiele ich mal zu anfang gemacht aber wird sie ja nie dass ich über ja ansonsten 92 60 schleimlevel wie auch immer nach dem ende ist für keine Ahnung. Jetzt mal 60. Mal gucken, wie weit wir noch machen, ne? Geht auch schon fast 16.000, alles Level. Außer dieser Dreifachschutz, ne? Das kostet ein bisschen mehr. Geht nicht ganz so schnell hoch, aber der Rest sind die anderen drei Mal schon auf Maximum. Das ist wahrscheinlich auch bei 1.000. Dann hatten wir noch 90, wahrscheinlich den Dreifachschutz auch Maximum wahrscheinlich. Das sind die auch zuerst machen, na klar. Mal gucken. So, wie weit kommt der denn, ne? Schafft der die 10? Mal gucken. Ah, jetzt stimmt's wie viel der Welt. So, ich bin 95. Wie gesagt, ich hab's ja ein paar Wochen nicht mehr gemacht, aber ich mach's nur mehr mit euch zusammen. Ich hab's noch ein bisschen mehr sammelt gehabt. 9, 6 jetzt schon. Also bis 10 vielleicht. Danach, äh, wird sehr schwer werden. Mal gucken. Das fehlt noch ab. Wenn wir uns einschaffen. Wenn noch weiter geht's, dann gehen wir uns erst in den nächsten Boss. Aber noch zu werden. Der nächste Boss. Auch kein Problem. Was ist das hier überhaupt? Ach, Schleimklub. Mitgeschafft. Ja. Ach so, ja. Und das ist denn hier für... 20 Minuten. Ja, okay, okay. Ja, kann man die auch machen, ne? Äh. Äh, genau. Äh. Äh. Forschung. Ich bin bei 7.000. Dauert noch. Ich kann noch nicht neu forschen. Dauert noch ein bisschen. Miene bin ich jetzt bei 12.000. 634 Meter. Aber auch schon ziemlich weit. Wollte ich mir natürlich auch noch zeigen. Äh, Vorschub kostet jetzt, äh, da 1,1 Millionen. Und da 746.000. Ich bin manchmal spätestens morgen habe ich das. Kann ich da forschen. Mir dann ist schade wieder erhöht. 1.600 insgesamt. Genau. Wollte ich mir auch noch zeigen. Ah, nicht wie immer, ne? Ach, ja. Gucken wir uns, wo um ihn uns das spiel geführt. Mal sehen, mal sehen. Wie gesagt, ich mache zweimal. Ich bin zweimal am Tag am Bergwerk. Alles weg. Oh, mit dir schon knapp. Das war's. 19, aber immerhin. Ich glaube schon ziemlich weit. Okay, Leute, würde ich sagen, das war's wieder für heute. Dann sehen wir uns nächste Woche, zur nächsten Folge von der Letztens Marx. Bis dahin, schön mit Döhn!